Herzlich willkommen an der Universität Duisburg-Essen. Entsprechend unserem Motto, dem Motto der Universität Duisburg-Essen, offen im Denken, haben Sie in Ihrem Studium viele Möglichkeiten, über den Tellerrand hinauszuschauen. Wir bitten Sie, diese Möglichkeit zu nutzen. Werdet aktiv. Engagiert Euch und kommt auf uns zu. Immer flexibel, online und in Präsenz. So ist das Studium auch in Corona-Zeiten gut zu meistern. Bei Fragen rund ums Studium einfach ins ABZ kommen.